Freunde, der Sonne, des Frühlings, des Winters, wir melden uns zurück aus dem Studio. Dieses andere kam weg. Alter, der kam gut. Scheiße. Aber die machen, ich dachte jetzt, die machen schon direkt. Nicht direkt. Direkt. Wie meine Abnahme oder was? Ja. Was? Er hat mir richtig den... Den Wirbelsturm. Ne, den Tritt gegeben. In Ass. Den Crit. Critical Hit. Ja, Mann. Uiuiui. Was denn? Die Faust gerade. Faust Gottes. Hier riecht es auch so, als wenn die Faust Gottes eingeschlagen hat. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sock, wenn ihr das jetzt abends guckt. Also ich gucke meistens Abends-Videos. Ich gucke meistens auf Klo-Videos. Das geilste... Ich habe letztens so ein Video gesehen. Da hat der Typ gesagt, in so einer Frage, also haben die gefragt, warum bist du zu dem Seminar gekommen? Da hat er gesagt, oder wo hast du mich kennengelernt? Da hat er gesagt, ja, auf dem Pod, also der beim Kacken. Und da saß seine Frau daneben und hat das halt bestätigt. Er hat gesagt, ja, mein Mann, der kam danach raus aus der Toilette und meinte, hier, den müssen wir kennenlernen, da müssen wir hingehen. Zu dem Seminar melde ich uns an. Klasse, Klassiker. Klassiker. Klassiker, Alter. Absolutes Ehrenpärchen. Ja, warum soll man ihn auch sonst wegen Neues kennenlernen im Internet? Natürlich auf dem Pod. Wenn man halt drei Viertel des Tages da sitzt. Hä? Hä? Auf der Arbeit? Nur. Ist doch drei Viertel des Tages. Wie ist das eigentlich bei euch jetzt, wenn du anfängst? Weißt du, hast du da schon eine Info? Gibt es da eine andere Info irgendwie? 7.45 Uhr geht es los? Ja. Am Montag. Und wie viele Stunden die Woche? Weiß nicht, achso, 8.30 Uhr. Ja, aber ich meine, mit den Maßnahmen gibt es da irgendwie besondere Vorschriften. Vor was? Vorschriften. Ja, wir treffen uns halt jetzt nur in Laurenau halt. Und ja, also getrennte Gruppe. Eine Gruppe ist in Linden, eine Gruppe in Laurenau. Mit 5 Kilometer Abstand. Ja, nee, das wird uns wahrscheinlich dann angesagt. Oh, ich hab wieder, ich hab wieder diese Power-Shot. Darf man sich nicht schon in kleinen Gruppen treffen? Ich glaube, das wurde gemacht, aber da darf er in kleinen Gruppen sein. Deswegen wurde es halt auch gesplettet einfach. Okay. Ich glaube, mit bis zu 20 Leuten darf man sein oder was. Mann, war das nur eine unangenehme Faust gerade. Faust Gottes, Lascaut. Shit, Alter. War ein Gollas? Junge, er ist Xavier. Oh, okay. Oh, okay. Hä? Dann, die haben wahrscheinlich, der eine schreibt Teamchat, der andere nicht. Okay. Er war ja eigentlich gefahren, das war mit der Probleme, mit der Kontrolle oder sowas. Oh, okay. Jo. Nein! Ich wollte ihn fixen. Jo. Auf zum Tor. Oh, nein. Aber die sind ganz schön hinterher. Also, die wollen es wissen. Ich habe ihm Sweat gegeben. Nice, Digga. Oh, ich tasche nicht. Ich auch nicht. Was? Lava. Lava. Junge. Was? Kein Ding. Er hat geswitcht. Ja, Mann. Ich habe ihn gekickt. Du wurdest geswitcht. Ich habe gekeckt. Oh, hier riecht es wieder angenehm. Er frostet. Bro. Ich will eine Parade. Hehehe. Was? Kick. Down. Der Textil ist von. Kickdown. Was macht's? Nein! Äh... Jungs. Und Tor. Ja, boah, ey. Der Fall fällt, mach dieses Tor. Ich will ja nichts sagen, ne. Shit. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Nein! Äh... Ja, gut. Wir brauchen ein Tor. Aber eine Windgeschwindigkeit. Ah. Ah. Er hat eine Avocado... Das ist eine Sie, Melissa. Ja, als wenn. Er hat eine Avocado. Ja, also... Hehehe. Melissa. Noob Potter, was? Er heißt Noob Potter? Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Voll die geilen Namen, ich. Noob Potter, Mann. Ubi, Ubi. Ich bin bestimmt öfter im Team. Hey, pass mal rüber jetzt hier. Sorry. Was war das für ein Zähl? Er macht Wirbelsturm mit seinem Vater. Was? 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 Was war das denn? Äh, Pümpel. Ja! Nein. Jetzt aber. Was? Ja, weil er mich geblockt hat. Scheiße, wir brauchen ein Tor. Was war das denn, bitte? Ich habe gesagt, wir brauchen ein Tor, nicht Noob Potter. Noob Potter! Steve. Ja, er hat hier Magneton gemacht. Schöne, der ist nicht deutsch. Äh, der ist deutsch oder so. Ja, klar. Der kennt das von diesem... Wie heißt das? Äh, von diesem Verarschen. Ne, ich meinte, wenn er Steve schreibt. So schreibt doch kein Englischer. Achso, ich dachte, Noob Potter. Das ist locker, das ist locker ein Deutscher. Ah, der wäre reingegangen. Ja! Ah, GG. Ah, schönes Spiel. Da müssen wir auch eine Runde dran setzen, äh, dranlegen, weil sonst... Das können wir nicht so stehen lassen. Können wir nicht nehmen. Wir wollen aber auch mal einmal gewinnen, so, ne? Bro, ein einziges. Ein einziges Mal. Ich gehe nochmal zurück zum Hauptgenie. Kein Bock mehr auf Noob Potter. Noob Potter ist auch gegen uns. Was ist denn jetzt los? Deswegen ist er wahrscheinlich Noob Potter. Wobei wir heute... Hm... Vengardium. Vengardium visiosa. Vibiosa. Angst? Potter? Kein Fall. Oh, was geht ab? Ein Ball zu fehlgestanden. Alle Spiele sind verbunden. Bro, disconnected from your channel. Error. 64. Bei Tritt läuft. Jungs, wir haben jetzt eine neue Runde. Heute war so ein wunderschönes Wetter. Auf dem Achtagon, der Ladevorgang bei Nacht. Ah ja. Seid gespannt. Ah ja. Wenn der Ladevorgang vorbei ist, wird mein Bildschirm natürlich nicht mehr schwarz. Ja. Ja. Weihnacht. Ja. Da wollen wir mal direkt voll angriffen. Direkt zum nächsten. Denn wir haben ja was aufzuholen. So ein Sieg wäre mal ganz genüsslich. Irre wiederherstellen. Irre. Den können wir mal so richtig schön vergenusswurzeln jetzt. Boah, ja. Ich hab ein Hümpel. Ich hab ein Hümpel. Was hat der Junge? Was ist das für ein Magneton? Er ist Iceberg. Iceberg. Ich hab ein Pümpel. Ich hab ein Pümpel. Nein. Aber das war kein geschickter Einsatz von Pümpel. Für den Ars. Für den Ars. Ars. Fürs Arsenal. Junge, ich mach alle kaputt, was los. Ich hab nochmal Pümpel. Ich nicht. Oi. Er ist ein Arsenal. Das war mal ein Ju-Ju-Pack. Oh, zu weh. Ich glaube, es gibt mehrere Pümpel. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, woher der Name kommt. Weil Ars. Jiii. Nice. Ars, denn was für ein Ars war, oder was? Nee, bei God of War gibt es halt Götter oder gottähnliche Wesen, die halt Ars von der Herkunft sind. Also vom Volk der Ars. Ach so. Und es könnte sein, dass das daherkommt. Also ist es nicht auch so Arsen oder sowas in der Chemie oder so ein chemischer Stoff? Arsen, ja. Das ist ein Mineral. Ja. Oder so ein kleines Metall oder sowas. Wie Zinkel. Nuh. Nuh. Und deswegen, ich glaube, daher kommt das. Zwinkerst du mir grad zu? Äh, zwinkerst du mir grad zu? Ich ziehe! Haha. Das ist ein Haken. Niii. Ich dachte, du ey. Niii. 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 Alter, er eskaliert aber. Tomo. Tomo. Eskalon. Alter. Windy. Wendi. Fein! Mach doch jetzt! Ja hä? Bester Pass. Malaga! Boah, der eine hat nicht richtig gekriegt ab, Digga. Dodo mess. Im Ende wollte ich verricht. Ach, Dogi ist es wieder. Aber das ist im letzten Spiel. Drei von drei. Oder war es denn Dobi? Frag doch einfach nochmal. Ich hab die Stahls. Oh, ich kann nicht, ich kann nicht fahren, ich kann nicht fahren. Ich kann dir geben. Ja, ich bin so. Fag, wieso nach oben, Junge? Das war doch beste Kombo, Alter. Ja, dann war es auch. Du hast die geblockt und ich hab geschossen. Was? Was? Kollege, was macht der denn? Was war das denn? Hä? Was war das denn? Der war safe drin. Und er macht ein Eigentor. Guck dir das an. No front, aber. Das sind ja Kameras zu viel. Hä? Ja, genau, guck. Bro. Was ist denn, wenn der Kamer bitte los? Guter Pass. Ja. Nein, zu. Dann fällt mir dazu nicht ein. Ich habe den Switch. War richtig fett. Ja, ich hab den Falschen angeswitcht. Ich hab den Falschen angeswitcht. Jetzt rüst nicht aus dem Hohen. Gib ihm. Äh, okay. Du, der Fals von mir. Ich bock dir mal wieder. Ey, ich eiste mal wieder. Ja, ich hab ihn weggekickt. Oh, er hat Power. Oh shit. Der hat er. Oh. Huh. Mach hier voll die Stürme. Man. Nice try. Stabil. Oh. Nice shot. Stabil. Alter. Der hat einen nice speed. Okay, vom 10. Ich hab 140 Punkte, aber es sind 100 Punkte mehr als der letzte von den anderen. sogar der zweite von denen hat nur 126 punkte was los ich wäre gerne der dritte von denen oh enge der kommt passt der kommt passt der will den ayo ok der pass war zu schwach hätte gepasst würde ich können würde ich können da war noch was mit der fahrradkette warum habe ich jetzt schon wieder die hätte ich eben gerade auch schon ja die stacheln halt ne ich hab verkackt was machen wir da müsstest du möglichst immer auf dein dach bekommen bei den ball mit der stacheln dachte kollege hält was war das denn alter welcher ehrenmann hat denn da jetzt gerade keine ahnung ich nicht er schreibt gut abgewehrt das heißt es war ein gegner was ich nicht verstehe ist warum wir jetzt reingehen ich habe immer noch keinen punkt mehr als beim letzten aber eine vorlage die hat ein tor gemacht jetzt hätten wir ein tor weniger muss man auch so sehen aber wir spielen auch gerade so scheiße weil wir mal auf den ball fahren ich hab schon wieder die stacheln alter drei meinten da ich hab die faust und er macht jetzt ein gualasso oder was was Junge ich wollte mal ein spiel gewinnen mit dir ich wollte ihn weghauen das hat man gesehen da war keiner doch der dobi der ist gerade an die wand gefahren und wollte ihn reinlegen lass mal jetzt gewinnen warum prallt denn der so komisch ab da ja guter schuss mach rein wie wetten die denn schon wieder jungs gebt mal kraft steig ui ich habe stacheln ja und ich werde vom wirbelwind verwindet ich habe 100% ich habe 0 wie bin ich jetzt auch so weit die faust 14 sekunden Junge oh boah ich habe den Mistake gemacht aber lächerlich lächerlich Gott was wie habe ich den gesaved keine ahnung ich habe ihn gesaved aber ich habe die glanzparade bekommen oh wer ist mit dem tor oh er fistet alter oh 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 er lebt noch jungs ich fahr mal ich fahr für euch fahr ich noch alter ne die faust kann man erwarten alter ist zu viel passiert man was willst du tun ja jungs ich hoffe euch hat es gefallen zwei Niederlagen gefällt mir auch jetzt würde ich liken das video an eurer Stelle sonst gewinnen wir nächstes mal auch nicht also gewinnen schon wieder nicht und wenn es nicht schon sowieso schon spät in der nacht ist entweder du likest jetzt oder wir verlieren nur noch die nächsten games und wenn du nicht sowieso schon im Bett liegst dann ist es jetzt Zeit dich niederzulegen niederzulegen in diesem sinne haut rein lasst kein abo da lasst keine glocke da kein kommentar kein like einfach raus weg schlafen jetzt internet Flugmodus auf morgen bis wiedersehen tschau tschau